Yo Freunde, lange lange Zeit habe ich das Ganze hier angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Willkommen zum Ankündigungsvideo des ersten Voll-In-Fahrt-Fun-Events. Und ich sage euch Leute, ich persönlich freue mich mega auf dieses Event, was wir hier gemeinsam abhalten werden in iRacing. Aber jetzt hier erstmal ein paar Fakten dazu. Das Ganze wird gefahren in der GT4-Klasse auf der Strecke Zandvoort. Das bedeutet also schöne, volle BMW M4 und Porsche Cayman Renn-Action. Wir fahren ein insgesamt 60-minütiges Event. Davon sind dann 20 Minuten Practice, 10 Minuten Quali und 30 Minuten pure Renn-Action. Ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze mit einem Fast Repair, dass, falls was passiert auf der Strecke, immer noch jeder die Möglichkeit hat, am Event teilnehmen zu können. So, des Weiteren. Das Ganze wird dann so ablaufen, dass das eine Open Lobby wird. Das heißt also im Endeffekt, derjenige, der zuerst auf dem Server ist, der malt er doch eben zuerst. Also Leute, schaltet pünktlich ein. Die Lobby startet um 19 Uhr und dann geht es auch los. Eine Bitte habe ich aber noch zum Schluss. Ich bitte alle Teilnehmer darum, fair zu fahren, keine Rambus oder sowas hier auf der Strecke raushängen zu lassen, sondern wirklich hier pure und geniale Renn-Action abzuliefern. Ja Leute, ich persönlich freue mich mega darauf. Ich freue mich auf euch. Und ja Leute, alle wichtigen Infos, die ihr noch benötigt, findet ihr auf meiner Facebook-Seite unter voll in Fahrt. Liked die Seite, dann verpasst ihr auch keine weiteren Informationen rund um diesen YouTube-Kanal. Und ja, jeder, der es noch nicht gemacht hat, abonniert diesen Kanal, denn dann verpasst ihr auch keine Infos zu unserem Fun-Event. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.